In der Doro Klinik möchten wir es unseren Patienten vor, während und natürlich auch nach einer Behandlung so angenehm wie möglich machen. Deshalb ist es meine Aufgabe für eine unkomplizierte Anreise und eine komfortable Abreise unserer Patienten zu sorgen. Mein Mit unserer neuen Doro Klinik Limousine können wir unseren Patienten nun auch einen hauseigenen Fahrservice bieten. Egal ob sie ihre Weisheitszähne im Dämmerschlaf entfernt bekommen haben und nicht mehr selbst fahren dürfen oder ob sie von zu Hause aus abgeholt werden möchten, wir freuen uns Ihnen durch diesen neuen Service helfen zu können, damit Ihren Besuch in der Doro Klinik in guter Erinnerung bleibt. Ihr Mike Späth von der Doro Klinik Untertitelung des ZDF, 2020